der trade ist in den gewinn gelaufen und somit ist es auch offiziell der erste öffnungs trade ist ein punkt und wir haben den trade in den gewinn gebracht mtx also das war der eröffnung straight und die reise mit mt also vola box straight abgesetzt und in den gewinn gebracht bei der den eröffnungs markteröffnung straight hier sind wir jetzt zweiten und meine damen und herren 0,05 mtx 100 prozent trefferquote seit über zwei jahren und wir sind raus 0,076 fast das tagesziel erreicht und die nächste box ist direkt hier und der trade ist in gewinn gelaufen mtx wie gesagt auch hier gestern schon erwähnt knapp der trade ist in den gewinn gelaufen und wir verabschieden uns vor unser videotagebuch ist ein gedrängel raus mtx auch raus und ich schließe heute mal etwas früher 0,04 für den ersten bereich das ist cool 0,04 so der trade ist in den hafen gekommen der trade ist in den hafen gekommen neun und zehn uhr 1 0,04 so der trade ist in den ha 그 EA hat mit 19 Jahren 2 k MARKET einmal unser EASB見 2 kniffl Handy 4 kniffl mysterious wird der 8 kniffl 8 kniffl 8 kniffl 9 kniffl 9 kniffl 11 kniffl Bis zum nächsten Mal.